Willkommen zurück zur Weilefolge Minecraft, wir sind hier am Bauen. Schön, dass du einstattest, freut mich echt mega. Und wenn du schon da bist und gerade meine Aufmerksamkeit hast, tu mir einen Gefallen, lass einen Like da. Es ist für dich nicht viel Arbeit, für mich tut das sehr viel, sehr viel Sache. Und was mir auch sehr viel hilft, ist, wenn du auf Abonnieren drückst. Kostet nix, das ist für dich nur ein Knopf und du wirst von den nächsten, äh, von den nächsten zeig ich schon, du wirst bei den nächsten Videos quasi, wenn ich was hochlade, wirst du direkt damit konfrontiert und dann musst du dir das angucken. Also musst du auch so angucken, aber das tut ja nichts zur Rolle. So, wir wollen hier tatsächlich das so machen, das heißt, wir haben keinen Stein. Das ist auch doof, Stein können wir jetzt aber holen, Stein ist nicht so weit weg. Der Stein steht nämlich hier irgendwo, ne, warte, wollte ich... Wie, was, nehme ich die mal mehr, zack, zack, zack. So, das sollte reichen, erstmal, für diese Folge. Na, weiß ich nicht, aber... Könnte erstmal gut sein. So, was, wie, wie hoch wollen wir denn? Wie hoch hinaus wollen wir denn? Gute Frage. Gute Frage, wie hoch hinaus wir wollen. Damit das wir beantworten. So, warte mal, wie, wie kommen wir denn hier hin? Also wir könnten jetzt theoretisch diese Schlucht hier weiterziehen. Klar, Deko kommt dann auch nochmal ein paar Folgen, weil wir müssen ja hier hin. Ähm, wir müssen dann hier, zack, zack, wir machen das mal so. Wir lassen eine Reihe Gras mal übrig. Man kann das immer noch zu Stein setzen, tatsächlich. Aber das ist ja dann. Okay, das heißt, hier noch ein Gras hin und hier noch ein Gras hin und da noch ein Gras hin. Perfekt. Zack, zack. Gut, eigentlich können wir das mit Stein aufwählen, weil das ist ja egal. Wird der Biegen aufgebaut oder so und dann... Jetzt ist jetzt nur die Frage, gehen wir hier dann tatsächlich außenrum mit Stein dran? Das wäre quasi so eine... Oder gehen wir da tatsächlich, äh... Ich würde sagen, wir gehen schon dran, dass wir bei mir in die Schlucht sind. Dass wir hier dann sagen können... Weil das sieht ja... Guck mal, wie das aussieht, sieht ja nichts aus. Wir müssen ja nochmal eins auch gehen. Also wir gehen hier tatsächlich mal nach oben und da können wir die kleinen schönen Details hier auch machen. Das heißt für uns hier, erstmal hier gerade, zack, 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 wunderbar. Ähm, das hier könnte dann... Ja gut, das machen wir dann nachher noch mit Gras voll. Dass wir dann auch auf jeden Fall da hinkommen. So, wir wollen hier dann natürlich... Zack, zack. So, zack, zack. Ja, wir dürfen halt natürlich nicht zu... Zu großzügig planen, aber auch nicht zu klein. Also... Das sollte schon so ungefähr irgendwo... In dem Mittelding sein. Zack, 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 zack. Ja, hier müssen wir noch irgendwas hin, zack. Wunderbar. Guck mal, das sieht doch schon mal einigermaßen... Das ist noch zu... Zu kantig, aber die Kante, die muss tatsächlich da bleiben. Dann müssen wir das so machen. Ja. Das sieht doch schon mal fast gut aus. So, dann gehen wir einfach mal hier rund. Setzen hier mal kurz... Ne Steinkante dran. So. Zack. Zack. So, Licht braucht kein Mensch. Das können wir später ausleuchten. Ne, warte. Hier muss auch wieder eine... Eine Erde dran. Genau. Und hier müssen wir dann auch irgendwie eins hoch. Genau. Und das müssen wir dann hier machen. Und hier muss der dann quasi recht flach ab... Gehen. Zack, zack, zack. Zack. Dass wir hier dann irgendwo... Ja, da nicht mal mehr. Also hier müssen wir ja schon direkt wieder... Irgend... Ne. Das ist gerade... Dass wir dann hier direkt... Da hinkommen. Gut, hier tragen wir natürlich jetzt noch ein bisschen was ab, weil... Weil das sonst zu viel ist. Zack, 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 zack. Zack, zack. Und dann da und da und zack, zack. Ja, das sieht doch schon voll, voll vielversprechend aus. Ja gut, hier müssen wir eigentlich voll machen. Ne? Ah, da wollte ich nicht hin. So, mal gucken, wann die ersten Mobs mich erreichen hier. So, wunderbar. Zack, 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 zack. Ja. Das ist doch wunderbar. Ja, gleichmäßig, aber ungleichmäßig irgendwie, ne? So, wie es sein soll. So. Genau, und da können wir... Da sind schon wieder keinen Stein. Ja. Und da sind schon wieder keine Steine, aber diesmal brauchen wir tatsächlich nicht viele. Na komm, wir nehmen mal mit. Weiß ja nie. Also, da kommen wir und sagen, wir brauchen keine Steine. Und plötzlich brauchen wir wieder fünf Stacks Steine. Ja. Das passt. So, hier wollten wir jetzt weitermachen. So. Das ist wunderbar. Zack, 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 wunderbar. So, hier noch ein bisschen, zack. So. Wie sieht das Ganze denn aus? Da fehlt auf jeden Fall noch ein Stein. Und dementsprechend ist das hier auch noch relativ hoch. Aber so ist das doch. Ja, man kann es auf jeden Fall schon mal lassen. Jetzt haben wir natürlich hier hinten die Ecke. Und diese Ecke hier, hier müssten wir eigentlich das auch so machen. Zack. So. Mal gucken, wie wir das hier gestalten können. Das ist schön, wenn man, wenn man irgendwelche, ja ich sag mal Ideen noch nicht verwirklicht hat. Und sich denkt, ja, wir brauchen gar nicht so viele Steine, ne. Aber Steine sind tatsächlich das, was wir in Mangelware haben. So, zack, zack. Und dann können wir jetzt hier hingehen. Zack. Wir können auch eigentlich hier mal kurz, äh, sowas machen. Zack, zack, zack. Gut, hier können wir jetzt erstmal. Ne, das ist zu fahr, weiß ich's noch nicht. Mit der Sand. Da können wir das nämlich hier mit Sand erstmal auffüllen. So. Zack. Den Gravel können wir ruhig mal da lassen. Ja, das kann man schon. Hier so eine kleine Bucht, das ist nicht schlecht. Aber dann müssen wir die auch schon in die Bucht hier so irgendwie, äh, weiterführen lassen. Bis hierhin. So. Mal gucken mal, da kommt ein Sammel. Mal gucken mal, da kommt ein Sammel. So. So, und dann können wir hier nochmal, zack. So, jetzt hab ich dich genug genervt. Jetzt gleich bist du dran, mich mit zu nerven. Wunder, wunder, wunderbar. Oh, guck mal, da kommt ein Sammel. Ja, guck mal, da kommt ein Sammel. Ja, guck mal, da kommt ein Sammel. Ja, guck mal, da kommt ein Sammel. Aber ich würde sagen, wenn wir jetzt mal... Ja, wo gehen wir denn hin? Also, die Bucht sieht schon nicht schlecht. Also, ich meine, klar, es muss noch ein bisschen Deko hin. Und diese Ecke, die muss noch gemacht werden. Weil die sieht nämlich noch nicht, tatsächlich nicht so schön aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Hier ist jetzt die Frage, machen wir das so? Tatsächlich würde ich sagen, wir machen das so. Oder? Ja, so würde ich es tatsächlich sein lassen. Hallo, Dankeschön. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. So, was jetzt dann weitergeht. Gut, hier ist halt nahe halt dann Weg, natürlich. Das entscheidet sich dann noch. Das entscheidet sich auch später noch. Was hier dann tatsächlich kommen wird. Ansonsten haben wir doch schon wieder gute Fortschritte gemacht hier in diesen zwei, drei Folgen hier. Nicht schlecht. Also, gut, natürlich, wir sind Deko, Wege und sowas. Und alles fahren müssen wir mal in der nächsten Folge oder so aber ernten. Aber ansonsten würde ich sagen, stehen wir im Dunkeln. Wir gehen hier in das Haus rein. Ne, wir gehen nicht ins Haus rein. Das weiß ich auch nicht, was ich in der letzten Folge vorhatte. Wir bleiben hier draußen stehen, weil wir loggen uns ja aus. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn wir jetzt fallen, lasst noch, wie gesagt, eine positive Abo oder ein Abo. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.